eine neue ausgabe aus der welt der eisenbahnen rail her behofft dass es euch gefällt die Der Film beginnt in Lahore, der Hauptstadt der Provinz Pancha. Wir besuchen die Festung und die Batshahim Moschee. Beide im 17. Jahrhundert vom Mogul-Kaiser Aurangzeb erbaut. Das Alagiri Tour der Festung. Wir fahren zum Ausbesserungswerk der Pakistan Railways in Lahore. Das Alagiri Tour der Festung. Die Bestung der Bahnsteigungsbrief in Lahore. Das Alagiri Tour ziehe. Das Alagiri Tour. Das Alagiri Tour. Das Alagiri Tour. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war Lahore. Weiter geht's in Peshawar und einer Busfahrt über den Kaiba Pass. Die Eisenbahnstrecke dort ist zerstört. Dann folgen sieben Tage Dampf und Diesel im Großraum Atok. Übernachtungen in und um Rawalpindi. Zum Schluss Flug nach Gilgit und fünf Tage lang Besichtigungen im Karakorum. einer eindrucksvollen Buchgebirgslandschaft. Stau in Peshawar und einer Busfahrt über den Kaiba Pass. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Im Pearl Continental in Peshawara. Bei einem Bombenanschlag im Juni 2009 gab es 17 Tote, darunter auch Touristen. Unsere Schutztruppe für den Kaivapass. Dort bestimmen weitgehend Pastunen Stämme. Die Eisenbahnstrecke ist zerstört. Wir haben den Pass überquert und sind in Fort Mecklen. Die Straße und die Eisenbahn führen hinunter nach Torquem, dem letzten Ort vor der afghanischen Hemse. Mittagessen bei den Kaivarschützen. Dort läuft ein alter Film. Musik Hier entstehen die typischen Lkw und Rousset. Der Bahnhof von Atop Kurut liegt direkt an der Indusbrücke. Eine Diesellot bringt unseren ersten Dampfzug. Der Bahnhof von Atop Kurut liegt direkt an der Indusbrücke. Der Bahnhof von Atop Kurut liegt direkt an der Indusbrücke. Der Bahnhof von Atop Kurut liegt direkt an der Indusbrücke. Der Bahnhof von Atop Kurut liegt direkt an der Indusbrücke. Der Bahnhof von Atop Kurut liegt direkt an der Indusbrücke. Der Bahnhof von Atop Kurut liegt direkt an der Indusbrücke. Nachdemikon durchifrån Kurut liegt direkt an der Indusbrücke. Der Bahnhof von Atop Kurut liegt dort Nummer 6 ... Am nächsten Morgen zurück ins Fahrrad mit einem weiteren Dampfloch. Am nächsten Mal. 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 Am surge. Am scavdo. Am. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im out WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im out Untertitelung des ZDF, 2020 Die Wurzelnäu Am nächsten Morgen in Atov City Am nächsten Mal 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 Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein regionaler Feiertag. Eine sehr alte Festung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020